Du bist dabei eine Immobilie zu kaufen oder zu verkaufen, du überlegst dir ein Eigenheim anzuschaffen oder eine Anlegerwohnung oder du hast schon eine Anlegerwohnung und willst teure Fehler bei der Vermietung vermeiden oder du interessierst dich einfach so für Immobilienrecht in Österreich, dann bist du auf diesem Kanal richtig. Mein Name ist Dr. Dan Katzlinger, ich bin Rechtsanwalt und auf Immobilientransaktionen in ganz Österreich spezialisiert. Wir helfen Anlegern und Eigennutzern beim rechtssicheren Erwerb und bei der rechtssicheren Vermietung ihrer Immobilien. Seit über zehn Jahren mache ich nichts anderes als Immobilienrecht und auf diesem YouTube-Kanal gebe ich spannende Insights zum Alltag eines Immobilienanwalts, behandle Praxisfälle zum Immobilienrecht und Praxistipps zum Mietrecht. Wenn du keine Videos und Tipps verpassen willst, dann abonniere meinen YouTube-Kanal. Viel Spaß damit!